Musik 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 Hey, ich sehe Ähm, hallo? Zombies, ich kriege nicht alle Ähm, warte ich Oh Gott, hier ist ne... Weg, 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 weg Ähm, ja Ich hoffe, das ist hier, Junge Fabo, du machst halt auch wieder die absolut riskante Aktion, ne? Schön Die hat nicht gezündet, oh mein Gott Gut, ähm, dann Richtung 00, Jungs Ihr wisst was, ansonsten... Wer ist er? Soll ich auskritten, Jungs Einfach so jetzt random auskritten und sagen, es war Hugo Wieder rausgeflogen Ja, das ist echt chill hier bei dir Also, wie geht das? Wir können die... Ja, ich kann die nicht abschießen, weil ich hab keine Pfeile Jungs, jetzt grad kranzkritisch Du stehst ein bisschen nah an den Blöcken, ne? Wenn da jetzt Lava kommt, dann machst du den Schmocki Fuck! Nein, oh mein Gott, ich hab keinen Schaden bekommen Alles ist... Okay, da vorne ist Phoenix und so Ja, und irgendwie da... Warte, lass mal weg hier, lass mal weg hier Ja, lass mal ein bisschen weg Wir lassen die fighten, also die sollen jetzt nicht denken, dass wir gehen Warte, aber sollen wir gegen die fighten? Move die mal her, weil das ist ein Riesenteam Move die mal her, move die mal her, move die mal her Willst du jetzt hier Gang fight? Wollt ihr die fighten? Wir könnten jetzt umrushen Ich hab 30 Level aber Ich hab 30 Level Lasst jetzt gehen zu denen, komm So das Ding, also ihr habt ja auch, keine Ahnung, ihr habt ja auch ein bisschen mehr Healing und so, weißt du wie, also ich hungere hier auf einem Gap so ein bisschen rum Lass mich entscheiden, was wir machen Entweder wir feiern die jetzt, oder wir machen jetzt Fullenchant Die sind weg, es gibt nichts mehr zu entscheiden, die sind weg Dann fullenchanten wir jetzt Ich würd Quick Charge bekommen und Piercing 4 Guck mal was du bekommst Mach Quick Charge Ich krieg auch Quick Charge 2 aber, 2 Soll ich jetzt die Armbrust enchanten? Ja, mach Piercing 3, Quick Charge, oh mein Gott Das schon Ähm, ja hier Fire Protection 3, Protection 3 und Unbreaking 1 Warte, da hatten wir Eisen mal für ne Spitzhacke, bitte Wir haben nichts Ey, ich bau echt mal ne Holzspitzhacke Und fahr'n bisschen Stein, ne, weil das geht grad gar nicht Ja 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 Endlich Doco Ja Komm Ja Abfahrt Einfach Doco, einfach krass Pass mal auf mit dem Wasser, ne, hier so Ist halt Poison Ja Moin Wie lange hast du Poison? Ja Moin Ah, dahinten ist ein Wecher, dahinten ist ein Wecher Wer? Äh Keine Ahnung Der Zombie Ich seh' die da Ich bin noch nicht da Naja, das sind Let's Fill und so Sollen wir die holen, oder Wo sind die dabei? Kommt drauf an Nö, eigentlich nicht Wenn das Zara und so sind, dann erst recht Weil wir Wir sollen die auch noch killen Für Klim und so Ich glaub die sind zu dritt Lass' wir da aber ein bisschen rein linksen Ja, ja Sollen wir danach mit Speed 2 Oder? Wollen wir jetzt speeden? Ich weiß nicht Die splitten sich Wollen wir rauf? Ja, lass speeden oder? Ja, speedo Erstmal links den gesplitten Ja Die haben sich halt gut gesplittet Ich treff halt nix, ne? Nein, Poisoned Du hast gleich den ersten Firespekte bekommen Schön Oh, sorry Basti Hat viel damage gemacht Nice Wer hat denn den Deer aufgehoben jetzt eigentlich? Ich hab ihn nicht Ich hab ihn nicht Max? Ne, hab auch keinen Der stimmt Der hat's dann gejobbt Deswegen Da war sowas unsichtbar Ich seh grad auch im Chat Unge, hast du unseren Deer Er hat den hingeworfen Ja, aber wo? Also wir haben Wir haben alle den nicht aufgesammelt Also Wenn den niemand geklaut hat Ich hab ihn Ich hab ihn Unge Young, sicherst mit dem Deer Er spielt mit Ähm, ja Den Deer, das war's dann oder wie? Ah, hier Moin Simon, Unge Ehrenmann Von den größeren Teams Was damit gemacht wird Warte, hier ist ein Airdrop Dann Ja, dann lass den halt beim nächsten Mal holen Dann ist vielleicht Wasser kein Poison mehr Ja, aber ich fall da jetzt eh nicht rein Achso Soll ich dich abschießen? Hat wer Blöcke? Ja, aber das ist krass Hugo Aber ist mein Loot, ne? Das weißt du schon Pfff, Team Hahaha Du Moin, einfach den Ender-Fern Ja, hab ich dir gesagt Aber ist doch okay Ja, aber immerhin Äh, Impfaufmachen, Jungs, ihr wisst Ja, ja Simon, Unge Hahaha Ihr wisst